Ja, moin moin Leute, Tannenbuddies hier. Wieder zurück mit einer neuen Episode von dem Spiel It Takes Two. Ich hoffe, die erste Episode hat euch gefallen. Wir haben noch ein paar Sound-Einstellungen vorgenommen, weil wir gemerkt haben, dass es doch etwas laut ist. Letztes Mal sind wir stehen geblieben, wir haben gerade den Staubsauger besiegt, der ersetzt wurde. Und wir finden uns jetzt in den Überresten wieder. Weiter geht's, ne? Weiter geht's, würde ich sagen. Weiter geht's. Wee, wee, wee. What do wee, wee, wee. Das sieht ja echt so aus, als ob wir gerade irgendwie so ein Genozid stattgefunden hat oder so. Alter, bin ich scheiße? Ich bin gerade schon wieder einfach reingelaufen, um nachzuspringen. Ich glaube, du bist ein bisschen dick, kann das sein. Body shaming? Ich will nicht, dass wir gecancelt werden, bevor wir fame sind. Ich verstehe irgendwie immer gross. Oh, shit, that's gross. She's so gross. Hauptsache, ganze Schuppen ist im Eimer. Warte mal, ich glaube, ich mache nochmal Audio 532, weil jetzt ist das ganz schön leise. Und dann, warte, wir machen FIFA 2? FIFA 2. Das ist auch meine Lieblingsausstellung bei FIFA. Do you know the way? Was auf der Hammer kommt? My two? Junge, komm, das ist Bob, der Baumeister. Ja, ich weiß, was er. Du hast gesagt, du hast eine Lieblingsausstellung bei May? Ja, ja. Die Frau Hörstlöse, du sie kennst? Na, nein, er nicht. Insofern, ich habe gehört, dass die Frau Hörstlöse hat eine neue Arbeit in der Stadt und nicht mehr Zeit für unsere Hobbys. Wer ist das Hobbys? Du wißt, wie schrecklich ist es, um die Verzüge aus der Reste? Es ist wie, um die Verzüge zu leben. Lange, Lange. Aber, guck mal, Hammer. Ich hab den jetzt einfach kurz auf den Rücken geploppt. Jo, du hast einen F-Nagel. Eigentlich fühle ich mich so ein bisschen wie Samwise Gunji. Bevor wir gerade weitermachen, ne? Ähm, ich finde das toll, dass das Spiel so ein bisschen darauf aufmerksam macht, dass man nicht immer gleich alles wegschmeißen sollte, wenn es kaputt ist. Was kannst du machen? Ähm. Ich bin voll am Boden. Werf mal den Nagel auf mich. Oh, Junge. Oh, Junge. Ich kann einfach Bonk machen. Das ist so schädig. Du bist so schädig. War alles kaputt? Warte mal. Was? Oh ja. Äh. Okay. Ja komm, let's go. Ah. Okay, okay. Warte, warte. Mach das nochmal. Ah, cool. Junge, das ist dieses Game, ne? Also, wir sind leider, leider haben wir keine Partnerschaften mit EA Sports. Äh, mit EA. Aber holy shit. Ich mach Werbung für das Game, denn das ist einfach genial geil. Da hinten steht. Ich soll da irgendwas... Ah. Nein. Lass den Nagel nochmal. Ey, das ist ein neuer Nagel. Ja, lass den mal. Kannst du den Post ziehen? Guck mal. Warte mal. Kannst du das nochmal machen? Kannst du das nochmal machen? Kannst du das nochmal machen und was ausprobieren. Warte. Mal gucken, was passiert, wenn ich dich zähle. Ich kann dich nicht treffen. Ah. Schade. Okay, okay. Aber du musst mir da hinten gleich den Nagel reinwerfen. Hier. Guck mal. Also, das Spiel ist auf der nächsten Ebene von Koop. Muss man ganz klar sagen. Junge, dieses Game ist auf der nächsten Ebene von einfach absolut genial geil. Ach, ich kann dir den Nagel jetzt besorgen. Ja. Kannst du ihn nicht zuwerfen. Schup. Zieh ihn dir. Alter. Zeitlupe. Kommt. Junge, dieses Game ist zum Lili. Was ist hier? Das macht so Bock. Das macht so lauter. Aha. Ah, du kannst hier unten das festnageln. Und da drunter. Mal am Nagel bin ich ein Experte. Oh, da schneiden wir raus. Oh, es gibt Aim Assist dafür. Das ist ja nicht. Hä? Ah, ich muss auch zweimal drücken. Okay. Boah, ich möchte jetzt dieses Level auch schön lang, dass ich habe richtig Bock, äh, es war einfach richtig Bock mit diesen Nägeln rumzuwerfen. Oh, was jetzt? Es gibt keine Relationen ohne Herausforderungen. Herausforderungen machen dich zu groß. Was ist das? Es wird so geil. Es wird so geil. Es wird so geil. Okay. Ja. Ob das Auswirkungen hat, ob man diese Challenge gewinnt oder verliert? Das ist eine gute Frage, ja. Wir werden es da rausfinden, ne? Vielleicht kann man ja auch gar nicht verlieren. Da sagt das einfach nur so. Also irgendwie wirkt das für mich ja so, als wäre sie die treibende Kraft für die Scheidung gewesen, ne? Ja. No offense. Okay, was müssen wir machen? Ah, Triff. Triff. Triff Cody mit der Haber. Bleib unten zu. Bleib unten zu punkten, dass sie nicht treffen. Aha. Okay. 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 Jetzt kann ich das nicht mehr sehen, wo du bist. Ne. Junge. 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 Ich muss so lange draußen bleiben, um einen Punkt zu kriegen. Ah, okay. I get it now. Das heißt, einer muss immer verlieren. Voll auf die Eier. Aua. Junge. Es ist so schwer, einen Punkt zu kriegen. Ich mach dich klar. Weil du einfach viel zu schnell bist. Es ist so schwer. Ja, komm. Das ist richtig schwer. Man muss so lange oben bleiben. Ich würde das echt mal interessieren, was für Auswirkungen das hat. Wer diese Challenges gewinnt. Wo sind wir gerade? Was denkst du? Weil ich will irgendwie nicht, dass diese toxische Bitch die Challenges gewinnt. Ups. Das hätt ich vielleicht nicht mehr. Was ist das hier für ein Ort? Die Garage. Ah, guck mal. Du kannst drüber handeln. Live. Live. Ich geh da mal wieder hoch. Ah, okay. I'm ready. Du bist wie der Typ von Guardians of the Galaxy. Da. Da ist ein, äh, Galaxy Ding da. Kommst du? Kann ich da nicht rein? Du musst hier. Was? Ja. Boah lol. Hey, da. Ah, jetzt muss ich hier rein. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Dann musst du hier oben das reinmachen. Wir sind ja irgendwie in so lange. Wie sieht das aus, wenn ich laufe, ey? Guck dir das mal an. Ich laufe einfach so eine Rückenlage und meine Arme flattern. Ich seh einfach nur cool aus. Nein, das ist nicht cool aus. Noch? Wo? Nein. Wo? Okay. Ähm. Oh, ja. Ich seh schon. Ich muss hier rüber. Ähm. Äh. Ist das jetzt das, was mich rüber... Okay, okay, okay. Ja, da bist du viel runter. Oh, und dann muss ich da den Nagel reinschmeißen und du musst dich rüber. Was ist das für eine kranke? Was ist das für eine kranke Garage? Ja. Ich meine, du musst mich hier vorne auch retten. Du hörst mich. Du musst mich hier vorne auch retten. Ich muss vorne auch einen Nagel reinschmeißen. Ja. Okay, warte. Ja, ja. Du musst mich hier vorne auch retten. Okay, warte. Nein, was hast du? Ich zieh durch. Äh. Achso, du musst doch gar nicht da drauf. Warte. Warte, warte. Warte, warte. Alter, das sieht so fresh aus. Ja. Alter, dieses Game, ne? Jetzt kann ich dich hier wieder hochwüsten. Ja, warte. Ich muss einfach ganz kurz. Ähm. Okay. Warte. Oh, du kriegst gleich deinen dritten Nagel. Einen dritten? Ich befreie den schon mal für dich. Oh, yo. Da ist dein dritter Nagel. Warte, ich kann hier irgendwas machen. Ah. Ja. Was kannst du denn machen? Kann dich da hochschießen, glaube ich schon. Oh. Oh. Ne, da. Du musst da an den Sägeblättern vorbei. Oh. Wow. Oh. Wie soll ich denn da dran vorbei? Oh. Jetzt. Oh. Okay. Da musst du was machen. Okay. Hier musst du was machen. Another Trust exercise. What? You think I'm gonna miss? I hope not. Oh. Du. Oh. Der macht dir in der falschen Reihenfolge wieder raus. Oh. Warte. Ah. Okay. Ah. Okay. So kann ich das machen. Ich musste also dazwischen. Ich musste. Nee, nee. Erst den anderen. Ah. Ja. Okay. Ich dachte du gehst. Warte. Warte. Du schaffst das. Und? Nein. In die andere Richtung. Sorry. Okay. Ich dachte du könntest. Ähm. Von der ersten Wand. Schon. Schnell. 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 Nice. Ich hab auch das in den falschen Nagel wieder reingezogen. I'm sorry. I'm sorry baby boy. Baby. Oh. Oh. I see you. There's the toolbox. Both of you. Come on. Help me break it open. Oh. I don't think it's like that. It's so. Why? Oh. Nisabos kommt. Let's fucking go. I hear nothing. We have to catch it. I'm kidding. Can I get away? Get away. No. Oh. Okay. It's goal. Oh. 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 richtig von diesen warte warte du musst man ja ich versuche ich wurde gerade so hart von diesen nägeln von der spiel nach rechts jetzt ok hier musst du schießen einfach in mein bauch nein Du musst da erst drauf. Oh, du musst drauf. Machst du. Oh Junge. Ach du musst das festnageln, okay. Oh Junge. Ich werde immer von dir liegen. Guck mal. Yes. Okay, okay, okay. Komm, hab ich's. Nice, ich komme. Oh ne. Okay, okay, okay. Du schaffst das. Oh, warte. Du musst rüber. Oh, warte. Du musst rüber. Hey. Good one, Cody. Oh, leu. Bei mir, ich bin das nebisch so. Hier gerade. Oh nein. Was passiert mit dir? Okay, man kann auf die Hände laufen. Okay, okay, okay. Ich muss auf die linke Seite. Oh je, je, je. Ah, da kannst du was festnageln. Ja, hab ich schon. Linke Seite, hier, linke Seite. Oh. Achtung. Oh. Achtung. Aber sie, sie schlägt jetzt wieder. Hier, links, links, links. Okay, jetzt. Jetzt. Der, der steckt nicht richtig, der Nagel da. Muss noch einen schießen. Doch. Schaffst du das? Ich kann da nicht ran. Doch. Okay, so. Siehst du? Oh. Ja, Mann. Mach ihn kaputt. Let's go. Oh, was macht die? Oh. Oh, er hat mal gemoves. Er hat mich weggespachtelt. Hm, einfach weggepfannen, wenn das. Oh. Jetzt. Ach du Scheiße. Alles klar. Ah, okay. Er macht das jetzt schwieriger für uns. Oh. 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 Du bist auch gestorben, oh nein. Oh, was? Okay, nochmal von vorne? Ja, ja. Ja. Das dürfte jetzt easy werden. Boxy weg. Jetzt kommt wieder der Funwender. Jetzt kommt wieder der Funwender. Jetzt go. Das hier ist mehr Fun. Ey, wie fies es ist, dass sich die Kamera noch dreht. Okay, Marvin, Marvin. Nein. Oh, ne. Nein. Ah, aua. Okay, let's go. Schwing deinen King. Ja. Erster Arm ist weg. Zweite Phase. Jetzt kommt nur noch der Spacht. Wow. Oh. 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 Both. Kannst du mir gegenüber den uns doch aufmerksam- towagenhauen. Ach. Oh. Ach Öl, brav usw. Kannste du noch drauf buxen oder nicht? Ja. Es ist ziemlich schwer zu trücken. Oh Gott. He. Ist vielleicht doch der Das? Das ob er nach please. Ein. Ein. Höse. Aus. Fui. Fui. Die Geräusche, die macht... Jetzt. Oh, warte. Ich muss drauf. Oh nein. Ich hab zu spät. Okay, aber jetzt haben wir das... Achtung. Oh. Ach du Scheiß, wo kommen denn die Kreisziegeblätter? Oh nein. Ach nein, der Sieg ist auch noch was ab von der Klappe. Oh, der Klappe. Ah. Oh Gott. Alter. Mit dem ist nicht okay. Mit dem Kollegen. Ah. Oh. Junge, die Kommentare sind auch von dem, ey. Oh, der Sheet's gonna hurt. Ach du Kacke. Ach du Heid. Oh nein, oh nein, komm schnell wieder, komm schnell wieder, komm schnell wieder. Ich komme. Achtung. Ui, ui, ui. Was? Nein, was? Oh, nie. Ich kann nur zwei. Oh Gott. Die Tatron wird immer kleiner werden, ne? Oh. Oh. Oh, we're running out of real estate here. We're running out of real estate here. Nein! Oh Gott. Oh oh. Oh nein. Nur weil ich so voll Idiot heruntergehechtet bin. Oh nein, doch. Okay, okay, aber ist das von dir? Das ist nicht schlecht, das ist schlecht. Wie? Ah, wie? Ne, 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 ne. Das, das, das lass ich nicht durchgehen hier. Das ist Bullshit. Ich finde das irgendwie eine entspannte, ah ja, so, so finde ich es entspannte. Oh, der letzte. Aber dieses Mal habe ich schon mal zwei getroffen. Das heißt, wir müssen ihn in der nächsten Stage schon, schon besuchen. Oh. Also sehr, sehr, sehr gut gemacht. Diese Box hat es sehr, sehr gut gemacht. Ja, also sehr kreativ. Oh nein. Lachen wir nicht, Alter. So wurde es gerade genagelt. Lachen wir nicht, Alter. Sieht die Stage jetzt anders aus als eben? Alter, ist es... Ne, ich sehe das nicht ein. Was ist das für ein Hitbox? Was? Oh nein, du musst draufhauen. Ich... ...tracker schon so fucking schnell. Nein, da war was im Weg. Oh, Junge. Oh, heilige Mutter Gottes. Und ich lasse mich von dem Ding treffen. Oh nein, schon wieder von dir. Oh, Alter, wir sind so trash, ne? Weißt du, dein Sides, der Potenzial ist zu klein. Nein, meins ist zu groß. Oh, ja, den Moos. Oh, let's go. Wir mobben die. Oh, oh Gott. Hättest du dich jetzt von denen treffen lassen. Da ausrechnet der, dem man ausweichen soll. Ich glaube, du musst das besser timen mit dem dritten, oder? Ne, 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 ich kann das, glaube ich, gar nicht. Weil ich fange immer direkt an werfen zu. Ja, ich glaube, du musst bei dem dritten bisschen timen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber im Umfeld ein timen. Dass du nicht an diesem Ding abheizt. Ja, aber ich muss ja einfach nur so schnell, ich kann triggern. Das mache ich ja schon. Ich glaube beim dritten nicht. Hä? Hä? Das ist mein, mein Zeitfenster geht dazu. Ja, aber das ist schlecht. Der letzte kommt ja nicht an, weil ich zu spät bin. Nein, der kommt an der Fall ab. Ja, an diesem Ticken da. Das ist klar. Probier's mal. Probier mal den dritten Ticken später. Nur ein Ticken. Ah, das ist das, der durch kann hier nie gehen. Alter, du bist so trash, ne? Alter, du bist so trash, ne? Alter. What the fuck? Easy. Ich hab's gesagt. Oh nein. Ah, und jetzt haben wir unsere Sachen verloren. Oh Mann. Ich fand die Nägel so cool. Oh, jetzt bin ich noch gespannter, was noch kommt. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit für das. Oho. Es tickles. Es tickles. Oh Gott. Können wir das bitte... ...zensieren? Oh Gott. 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 Oh ja. Don't close the door. Don't go that dream. Das ist witzig, wenn das Buch ein Po hätte. Hey Marvin. Ich glaub es ist wieder so weit. Wo gehst du hin? Warte, ich spring runter. Ich will einfach direkt weiterspielen, dann kann man nichts machen. Ist so. Also das Spiel ist sehr zu empfehlen. Spielst du am liebsten mit irgendjemandem zusammen? Nee, sag an ein Koop-Spiel. Ich würde das nochmal anmerken. Ich habe gerade extreme Sausage-Party-Vibes bekommen, als die Werkzeuge da gefeiert haben. Wer den Film nicht kennt. Das läuft bei Netflix. Guckt ihn euch nicht an. Guckt ihn euch an, wenn ihr alt genug seid. Auch dann nicht. Okay, ansonsten. Das war mal wieder die zweite Folge in Takes Two. Und ciao. Das waren mal wieder die Tandem Buddies für euch. Ja, danke fürs Zuschauen. Bussi. Abonniert. Und hoch. Abonniert. Bis zum nächsten Mal, am wackst нес impresster Legislativ. Bis zum nächsten Mal, am followers habe gesagt. Bis zum nächsten Mal, am Produ 그렇enswert euch. Bis zum nächsten Mal, am처� Τาย implicit. Bis zum nächsten Mal, am резink Dollar aus. Bis zum nächsten Mal. akin Kü clear auf den Frise. Bis zum nächsten Mal, am buenprejenesse. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.